Was? Schräge Scheiche? Nein, habt ihr keine schräge Scheiche? Schäger Weite? Was? Schäger Weite? Nein, Weiche, Scheiche habe ich nicht. Schäfer Schäfer. Ich habe ein Reservenfass. Wir haben kein Wasser mehr, damit ich das anzupfen habe. Und habt ihr den Feuerwehrwagen mitgenommen? Nein. Den Feuerwehrwagen habt ihr mitgenommen? Heidren. Ja, der Feuerwehrwagen. Feuerwehrwagen. Und jetzt hat er den Durstläschen, he? Ich habe nicht gehört, was sie sagen. So siehst du aus wie ein ausgelaufener Edammer, he? Jungs, was heisst denn das auf Deutsch? Übersetzt, was heisst das? Ich verstehe nicht, ich habe einen Kragennicken, oder? Was heisst denn das auf Deutsch? Schweizerland. Kannst du nur holländisch? Holländisch. Kannst du nicht Deutsch etwas? Verstehst du mich nicht? Ich verstehe nicht. Was sagen Sie? Speak English. Er hat noch kein Schweizer Wort gelehrt. Schweizer? Ja, ja, ja. Nein, nicht Schweizer. Schweizer Wort. Ich bin ein Tulpen-Fan. Ich bin ein Tulpen-Fan von Bern. Ich bin ein Tulpen-Fan von Bern. Ja, siehst du jetzt, kein Problem. Alles zusammen. Alles zusammen. Seid ihr mit diesen Benzinschleidern von Holland her gekommen? Was sagt ihr denn auch? Ob ihr mit diesem Gefährt von Holland her gekommen seid? Ja. 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 Wie kannst du kratzen? Nein, wir haben gar nichts geschaut. Er sieht aus, er hat ein paar Pausen gelehrt. Ja. Gell? Ja. Ja. Flachland, Heidi. Herr Gertrud. Das ist frei. Herr Säger. En das sind gut. Wollen wir ein paar Sachen in das Kamera? Was wollen wir ein paar Sachen? Wie wollen wir sagen? Was wollen wir bei uns? Was ist prima! Viva und wir! Sind das sind? Ja. Du bist fantastisch. Heel gut. Du bist fantastisch. Er tut das gut. Er tut das gut. Er tut das gut. Wenn ich dann einen Einbürger ins Geschlacht habe, dann habe ich ihm Kläger gehabt. Geschlacht! Du bist geschlacht! Er wollte mich einbürger. Ja, ich kann nicht umsühren. Rita, er ist geschlacht! Jetzt ist Goal, mach ein Goal mit der Schweiz, es ist Goal! hoy ist ja in der